Make my wish come true! Baby, all I want for Christmas is you! Hallo Leute! Heute bin ich zum 4. Advent nämlich da. Und deswegen wollte ich euch nur ganz liebe Grüße ausrichten und euch sagen, dass ich euch frohe Weihnachten wünsche. Also jetzt schon mal, weil wir sehen uns glaube ich nicht mehr vor dem Heiligen Abend. Und ja, also meine 4. Advent, also ne, meine Adventreihe, die ist jetzt vorbei. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Ich habe nur immer Mühe gegeben und hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ja, also als großes Special für 4. Advent ist jetzt für euch eine Challenge. Die hat Sebastian und Fett gemacht. Ich sag ja gar nicht, ich find's ja auch gut. Aber vielleicht hätte ich auch gerne mitgemacht. Aber mich fragt ja keiner. Hm, naja, also ich hoffe, dass ihr ganz viel Spaß habt mit dieser Challenge, die jetzt kommt. Die ist wirklich lustig geworden, vor allem weil Fett voll abgelustert ist. Naja. Ähm, ja. Also ich wünsche euch nochmal frohe Weihnachten. Falls wir uns nicht mehr sehen, noch einen guten Rutsch, ne, fürs nächste Jahr. Dass ihr euch gesund bleibt und dass es euch gut geht. Und dass ihr ganz viel Erfolg habt im neuen Jahr. So wie ich. Also ich glaube, ich habe bestimmt viel Erfolg. Ich bin mir total sicher. Da muss man nur dran glauben. Wirklich. Also dran glauben, dann wird's auch wahr. Ja. Hm. Ja, dann bleibt mir nichts mehr, nichts weiter zu sagen als Tschüss. Ähm. Kommt gut durch die Weihnachtszeit. Lasst euch nicht stressen. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Ich bin mir sicher. Die Adventsreihe ist jetzt vielleicht vorbei, weil logischerweise ist ja jetzt vierter Advent. Ähm. Aber wir sehen uns trotzdem wieder. Ich bin mir sicher. Also meine Lieben, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Eure Linzi. Tsch, 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 tsch. Hallo ihr Lieben. Wir machen heute die Lebkuchenhaus-Challenge. Ähm. Ja. Wir müssen innerhalb von zehn Minuten ein Lebkuchenhaus zusammenbauen. Hier haben wir schon die Platten. Und, ähm, Süßigkeiten. So ganz lebt haben. Hallo auch von mir hier bei der Lebkuchenhaus-Challenge. Ähm. Entschuldigung. Ähm. Das Haus von Pat wird leider nicht ganz so schön werden. Weil er schon die Hälfte aufgeschnaboliert hat. Sebastian, stimmt gar nicht. Sebastian ist auch wieder dabei, wie ihr unschwer erkennen könnt. Mhm. Und, ähm, trinkt auch noch einen Glühwein währenddessen. Hm. Ja. Also Aufgabe ist es, dieses Lebkuchenhaus innerhalb von zehn Minuten zusammenzubauen. Und wer am Ende des Schönrad hat, hat gewonnen. Das habe ich schon, glaube ich, gesagt. Ähm. Ja genau. Jeder hat noch drei extra Zutaten. Also hier waren nur ein paar Sachen dabei. Und jeder durfte noch drei extra Zutaten sich besorgen, damit es, ähm, noch besser wird. Aber wir haben es dann, ich habe es halt verstanden. Weil ich habe mir drei geholt. Und ich dachte, er holt sich drei. Ja, aber er hat mir auch das Gleiche gehört, als er sich geholt hat. So. Und darfst du meins auch mit benutzen? Aber das ist der Lieb von dir. Weiß, rosa Perl. Also. Stoppuhr. Hör auf damit. Was ist das? Hör auf. Ich habe auch gar nicht auf Dings gedrückt. Was machst du denn da? Nein, das ist mein. Ja, so. Hör aufs Bett, fertig. Los. Ähm. Du bist viel zu schnell. Man darf nicht so schnell. Ich weiß gar nicht, wie rum. So, oder? Hä, das kann doch gar nicht so sein. Guck mal, du hast das hochkant gemacht. Das muss aber schwer, oder nicht? Oder können. Mach, warum mal quer zusammen? So. Ah, jetzt riecht das erst. Oh, Mann. So, scheiße, jetzt ist es so falsch. Warte, ich muss mich hier konzentrieren. Bist du nicht so gesprächig, sagst du? Nee, ich bin gerade doch sehr männlich und kann nur eins auch auf einmal. So. Das hält er überhaupt nicht. Das hält ja gar nicht. Wie soll man das denn machen, wenn das nicht hält? Scheiße. Also, dass es nicht hält, seht ihr ja in meinem Haus. Oh ja, aber... Nichts ist nicht. Hä, wie machst du denn das? Mir fehlt ein Arm. Die Zeit ist aber ein bisschen knapp im Messen, oder? So, jetzt muss ich... Bekleben. Das passt alles überhaupt nicht. Wer war denn da der Architekt von? Hä, wieso ist denn das... Wie sieht das auch voll ordentlich alles aus? Oh, Mann, das ist ja... Das hält einfach nicht. Das guckt mal, das rutscht alles runter. Das ist so ne Kack. Geht. Nee, ich kann das nicht. Fünf Minuten. Scheiße. Fünf Minuten? Ja. Ja, dann hör auf, mich abzulenken. So. Hast du schon mal so ein Haus gebaut? Als Kind oder so? Ich glaube. Ich habe mir nicht geäußt, dass ich so was mal zu Hause hatte. Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass ich das selber gebaut habe. Warum? Weiß ich nicht. Ha, da sehen wir mal. Also, er ist im Vorteil. Ich habe nämlich noch nie so ein Haus gebaut. So, mein erstes Mal. Ähm, ja. Die rutschen ja alle runter. Ja. Hä? Du hast doch ein anderes Zeug als ich. Du kannst ja nicht dafür das Gleiche haben. Sag mal, wer hat das gekauft? Du oder ich? Ich. Hast du auf deine Haus? Ja, du ja. Sieht ein bisschen so aus, ne? Nein, das ist aber nur die Schneespitze, die du hier siehst. Ey, du... Das war nur eine gute kleine Häfe. Ja, du hast nur einen Überhasten, die Fatscheln erledigt. Ja. Oh Gott, da vorne ist ja auch noch was. Das ist aber alles ganz schön klebrig hier. Ich finde, wir können das wie im Fernsehen machen. Wir sagen einfach, dass die Zeit, bis es gleich abgelaufen ist, und dann... Die Zeit ist auch schon abgelaufen. Ne, jetzt muss ich dir jetzt noch weiter. Das ist scheiße. Okay, fünf Minuten Verlängerung. Du brauchst doch noch den Weihnachtsbaum nicht schütteln. Was? Du meinst, ich hab das nicht gesehen, oder? Ich bin hier nicht blöd. Was hast du durchgezählt? Dein Weihnachtsbaum. Welcher Baum? Den du jetzt an deiner verkackten Packung ausschneidest. Ja, aber das mach ich jetzt schon. Hier ist der Einfall nicht getroffen. Das heißt, du darfst es jetzt leider nicht mehr machen. Und dann kannst du das mal machen. Ja, das ist natürlich nicht mehr. Vielleicht sind die hier leider sauber. Hä? Ich nicht. Doch. Nein. Drei Minuten. Ja. Wie soll man sagen, du hast verloren. Warum? Nur weil du so eine hässliche Tanne hast. Dass du keine Kinder hast, die würden deine Tanne wahrscheinlich auch noch essen, wenn sie aus Papier ist. Was soll denn das heißen, dass ich dumme Kinder hätte? Nein. Sondern? Also, doch. Also, du hättest so eine kleinen Einsteins. Hm. Hm. So. Hast du schon mal was probiert? Hm. Macht viel mehr Spaß, was zu essen, als hier rumzubauen. Das kommt nicht auf die Masse drauf an. Scheiße. Kann ich gleich alles saugen. Das macht ja voll die Schweinerei. 1,5 Minuten noch. Dann ist aber Schluss. Was ist das für Scheiße? Schade, dass dein nicht so schön geworden ist. Aber man kann ja nicht immer gewinnen, ne? Ja. Also, ich habe die Hälfte meiner Fußhaken jetzt auch vergessen. Tut man das da überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Du musst nicht in die Kamera halten. Also. Guck mal, das ist meins. Kann man vorne reingehen. Ja, ich habe jetzt keine Katze. Aber wenn man das von allen Kästen... Du hast ne Katze. Ja, aber keine Papierhaus-Draffenhexe. Ah ja, ich habe ne Hexe nämlich. Aber dafür ist es sonst ziemlich hässlich. Ähm, was ich jetzt von meinem nicht so sagen kann. Ach, du meinst meins! Ich dachte, du präsentierst gerade deins. Ne, ich präsentier deins und zeig aber meins. Ihr hört jetzt auch auf mit dem Präsentier-Main-Kasten-Haber. Ah! 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 Hm. Soviel zum Thema Hälfte. Oh nein! Ah! 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 So. Jetzt ist die Zeit abgelaufen. Ähm. Ihr könnt jetzt entscheiden, welches Haus denn das ist. Warum ist denn das kaputt gegangen? Naja, weil du wahrscheinlich zu grobmotorisch warst. Ich habe das Ganze mit der Kamera gehalten. Währenddessen habe ich die ganzen Platten gelöst und sind habe ich verschoben. Ja, aber du hast die Pappen nicht mitgenommen. Welche Pappe? Und darauf, wo ich mein Haus trage. Oh. Aber ich habe doch meine Hand drunter gehalten. Das machen wir zusätzlich. Oh mein Gott. Ah! Das ist mein Haus. Ähm. Was ist das denn? Das kann man wenigstens essen jetzt. So. Hier meine Liegen, das ist mein Haus. Das ist meins. Stimm ab. Welches ist besser geworden? Ich spiele nicht mehr. Ja, ich muss wohl zugeben, dass Sebastian gewonnen hat. Das finde ich nicht. Ne? Nein. Ich finde, es ist ein gerechtes Unentschieden geworden. Jetzt verarscht du mich aber. Nein. Aber es schmeckt ihm auf jeden Fall. Was soll ich denn machen? Das kannst du nicht mal mehr verschenken. Was machst du damit jetzt? Ich schenke es dir. Dann hast du wenigstens eins. Jetzt muss ich mich freuen und Danke sagen, oder? Dankeschön. Genau. Ich gebe es dir erst, wenn es getrocknet ist, weil sonst sieht das einmal gleich aus. Also meine Lieben, ich hoffe, ich wünsche euch hat das Video gefallen und hoffe euch noch einen schönen Tag. Ihr auch. Mir ist aufgefallen. Schaltet auch nicht mal wieder ein, wenn es heißt. Ich hasse es, das Zeug in den Fingern zu haben. Ich liebe es. Dass er aber auch dann immer so abartig sein muss. So, also bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Es ist ja schon, ja.